Hallo zusammen, heute geht es um Kameras und zwar so ein bisschen der Rückblick auf 2023 und der Blick in die Kristallkugel der jährliche, so ein bisschen was kommt auf und zu. Das ist in diesem Fall gar nicht so kristallkugelig, weil wir schon relativ viel wissen. Ich gehe die Kameramarken so eins nach dem anderen durch, lass gerne einen Kommentar da, was für dich die interessantesten neuen Kameras waren oder die interessantesten neuen Objektive, beziehungsweise auch was du dir für nächstes Jahr wünschst. Ich bin so ein bisschen mit der Stimme noch angeschlagen, noch so die Corona nachwehen, aber es geht mir wieder gut, aber ja noch so ein bisschen, noch nicht ganz wieder auf Niveau. So, aber für das Video reicht es. Ich fange mit Nikon an, die Nikon haben die Z8 rausgebracht, so das ist sie, das große, große Monster. Brutal gute Kamera, mit der Kamera sind sie auch endlich wieder auf Augenhöhe mit den anderen Herstellern, was den Autofokus angeht. Verarbeitung, Haptik, Bedienung und so weiter, das ist natürlich ganz, 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 ganz oben. Das können sie, das kann die Z6 halt auch schon, die Z6, Z7 sind halt wirklich gute Kameras, was Display und Sucher angeht. Nicht vergessen, Display und Sucher sind wichtiger als alles andere, wenn alles andere zumindest gut ist, meiner Meinung nach, weil damit arbeitet man. Dann, wenn ich nichts sehen kann, dann, oder nicht gut erkennen kann, was ich da eigentlich sehe, dann werden meine Fotos nicht maximal gut sein, weil ich nicht so richtig sehe, was ich da eigentlich mache. Der einäugige König und so, ne. Deswegen lege ich da so Wert drauf. Also brutal gute Kamera. Die Idee war sicherlich auch so ein bisschen, das Problem, was Nikon natürlich hat, ist, dass sie jahrelang sehr, sehr gute Kameras gebaut hat. Eine D850 zum Beispiel, aber auch die APS-C Kameras. Es gibt halt sehr viele User, glaube ich, die immer noch eine alte Spiegelreflex-Kamera haben, denn die können die 850, die geht ja nicht kaputt. Dann kannst du ja, ne, du kannst ja deine Kinder vererben. So, wie bringst du die dazu zu wechseln? Dann bietest du ihnen eine große Kamera. Weil das sind Leute, die haben mal sehr viel Geld ausgegeben für eure Ausrüstung, sind auch sehr zufrieden damit und können damit auch gute Leistung bringen. Aber du musst denen, damit die wechseln, weil in der Regel dann ja auch ein Systemwechsel dabei ist mit neuen Defektiven und so, ist ja sehr lukrativ, die abzuholen. Aber wie machst du das? Und mit der D850 zum Z8, also der Wechsel, das werden viele gewesen sein, was ich auch so aus Kommentaren gelesen habe von euch oder E-Mails. Das Problem, was Nikon aber natürlich nach wie vor hat, ist, dass die Z6, Z7 mit Autofokus nach wie vor nicht auf Augenhöhe sind und inzwischen ja auch schon ein bisschen älter sind. Da hat der Sebastian noch bei mir gearbeitet, als die Z6 II rauskam, genau. Da waren wir in Hannover zusammen. Das heißt, nächstes Jahr wird eine Z6 und Z7 III werden kommen. Und die werden dann auch den Autofokus Nikon, wie alle anderen machen das ja so, dass sie die neuesten Errungenschaften über die Jahre dann runterbringen. Die sind einfach ein bisschen hinten dran, das wissen wir. Aber man darf nicht vergessen, dass Z6 und Z7 sehr, sehr gute Kameras sind für einen sehr attraktiven Preis. Also Preis und Leistung, finde ich, stimmt da sehr, sehr gut, wenn Autofokus nicht das Wichtigste für dich ist. Landschaftsfotografen, ja, also der Z6 oder Z7. Und zwar eins, nicht zwei, muss gar nicht die zwei sein. Da bist du sehr, sehr gut unterwegs mit. Also sehr, sehr gut unterwegs mit. Was ich ja auch schon öfter gemacht habe. APC, das ist die Nikon Z50. Auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da dürfte wirklich mal Nachfolger kommen. Auch da ist der Autofokus längst nicht auf Augenhöhe mit den anderen. Also im Grunde müssen sie den Autofokus, den können sie ja inzwischen, müssen sie eine Z6 rausbringen und eine Z50 rausbringen. Liebes Nikon-Team, es gibt sehr viele Einsteiger oder Hobbyfotografen, Gelegenheitsfotografen. So die ganz normalen Leute, die halt Kinder haben und in den Urlaub fahren und eine Kamera haben. Die halt irgendwas Altes haben. Eine Canon 600D haben oder halt eine Nikon 5000er oder sowas haben. Vergesst die nicht. Das ist der Nachwuchs. Nicht vergessen, nicht nur die Profis ansprechen, die habt ihr jetzt wieder. Sondern halt auch den großen Markt, die sich für sowas interessieren. Nur halt den Einbesser. Und einschließlich auch mit Objektiven. APC-Objektive Nikon, nach wie vor so ein bisschen Mangelware. Wobei nach und nach springen Wildrocks und Sigma und so weiter in die Bresche und machen den Job für Nikon. Also offensichtlich kann man damit Geld machen, weil die leben davon. So, das war ein bisschen Nikon. Also es wird eine Z6 und Z7 III werden kommen. Und eine Z9 wäre auch mal wieder dran. Das ist Olympia. Eigentlich kommen so alle vier Jahre zu Olympia. Da kommen auch die neuen Top-Kameras. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was die dann können soll, was die Z9 noch nicht kann. Also ja, ein bisschen besserer Autofokus ist klar. Aber, na gut, Zielgruppe, super Profifotografen, die für die Autofokus alles ist. Klar, wenn der ein bisschen besser ist, dann kann das kaufentscheidend sein. Aber das wird wahrscheinlich nicht für den Massenmarkt. Weil die Z8 ist dann schon die bessere Wahl für den Massenmarkt. Für den Massenmarkt im Sinne von oberer Massenmarkt. Das meine ich damit. Canon. Canon hat die R8 rausgebracht. Da habe ich einen Testbericht zugemacht. Die haben natürlich, das haben sie sehr geschickt gemacht. Da ist derselbe Autofokus und derselbe Sensor drin wie bei der R6 II. Da kommen die selben Bilder raus. Mit kleinerem Gehäuse und schlechterer Bedienung. Also du hast dann immer ein bisschen die Qual der Wahl. Wie wichtig sind dir das große Gehäuse und die Bedienung. Weil die Bilder sind dieselben. Also das heißt, da holen sie einfach mehr Leute mit ab natürlich. Als nur mit der R6 II. Weil nicht jeder will so viel Geld ausgeben. Problem bei Canon ist nach wie vor ein bisschen die Objektive. Weil wenn ich sage, ich bringe eine billige, eine günstigere Kamera raus. Aber nicht die passenden Objektive dazu. Ja, also früher gab es halt zum Beispiel einen 50mm 1.8 für 100 Euro von Canon. Das ist nicht super gut, aber für 100 Euro. Ja, also Preiseleistung kann ja gar nicht besser sein. Und solche Sachen. Das fehlt alles so ein bisschen. Beziehungsweise, wir wissen das ja. Es fehlen die Dritthersteller, die dann sagen, wenn Canon selbst sagt, sie wollen nur teure Objektive rausbringen. Ja, okay. Aber es fehlen die Dritthersteller, die dann halt in die Presse springen. Und es schreiben ganz viele Kommentare, welche Objektive sie alles von Canon gibt, die nicht ganz so teuer sind. Ja, gibt es. Aber trotzdem gibt es dann immer noch was Billigeres für Sony und für die anderen Marken. Also, das ist ja schon nicht auf dem gleichen Preisniveau. Weil wir immer das Gesamtsystem sehen. Das ist ein bisschen das Problem bei Canon. Aber für den ambitionierten, semi-professionellen Bereich und wirklich für die leidenschaftlichen Hobbyfotografen, die das Geld haben, für die bieten sie natürlich sehr, sehr viel. Die Canon R6 II ist eine fantastische Kamera, besserer Autofokus als die R5 sogar, sagt der Chris Kauler. Oder halt gleich die R5, wenn du die vielen Megapixel brauchst. Im Moment ist Qual der Wahl bei denen. Dass du die R5 haben kannst mit vielen Megapixel oder die R6 II mit einem Tick besseren Autofokus, der für die meisten irrelevant sein wird, der Unterschied. Aber für den Chris Kauler nicht. Also, der hätte gerne eine R5 II mit einem Autofokus der R6 II. Und die wird nächstes Jahr kommen. Da bin ich gespannt, weil die R5 ist eine brutal gute Kamera. Was bringt Canon dazu, was packt Canon da rein, damit viele Leute ein Upgrade machen, die jetzt eine R6 II oder eine R5 haben? Wie bringt man die dazu, nächstes Jahr eine R5 II zu kaufen? Bin ich sehr gespannt. Weil ja, der Autofokus wird einen Tick besser sein, klar. Aber Zielgruppe, für die das relevant ist, ist sehr klein. Weil der ist jetzt schon sehr gut. Hm, ja, sie werden sagen, keine Ahnung, 60 Megapixel statt 45 oder was sie hat. Ja, interessiert auch nur noch wenige Leute. Ein bisschen besserer Dynamikumfang. Ja, messbarer Unterschied, aber nicht sichtbar. ISO-Rauschen. Es kommt dann zusammen. Wenn natürlich viele Kleinigkeiten drin sind, dann irgendwann ist die Summe dann so, dass man sagt, ja gut, ich will das Beste haben. Es gibt immer ein paar Leute, die wollen das Beste haben oder das Neueste haben. Da gehöre ich ja gar nicht dazu. Ich ja auch. Aber man muss ein bisschen sagen, ja gut, es wird schwierig. Also bin ich sehr gespannt, weil Canon, die werden sich was überlegen, natürlich. Und die werden uns schon irgendwie das schmackhaft machen wollen. Bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. A, B, C, auch da geht ja eine ganze Menge bei Canon inzwischen, was die Kameras angeht, Objektive, noch ein bisschen stiefmütterlich. Auch da fehlen halt einfach die Dritthelsteller, das wissen wir. Auch da Canon und Nikon, derselbe Appell an euch beide, vergesst den großen Markt an Gelegenheitsfotografen und Einsteigerfotografen nicht. Das ist die Zukunft. Also Profifotografen oder ambitionierte Hobbyfotografen, die leidenschaftlichen Fotografen, nach und nach sterben wir auch so ein bisschen aus oder fotografieren halt nicht mehr oder so oder sind zufrieden mit dem, was wir haben. Man muss ja auch Nachschub reinholen. Und das sehe ich bei beiden im Moment sehr, sehr schwierig. Also im privaten Bereich, wenn mich Leute fragen, also das typische Fall ist doch, ein Kumpel kommt zu mir, sagt, ich will mehr Fotos von meiner Familie machen, was soll ich mir kaufen? Dann empfehle ich weder eine Canon noch eine Nikon. Mach ich nicht. Dann empfehle ich immer eine Sony, weil die Preis-Leistung einfach viel besser ist. Nicht, weil die Kameras besser sind und auch definitiv nicht, weil die Bedienung besser wäre. Da habe ich immer ein bisschen Zahnschmerzen bei. Aber Preis spielt halt immer eine Rolle im privaten Bereich. Und als System, weil ich dann sage immer noch, kaufe noch zwei, drei Objektive dazu. Und zwar diese. Muss halt nicht sofort sein. Aber mittelfristig wirst du dir diese Objektive noch kaufen. Mit allem fängst du an. Und dann ist der breite Warenkorb halt immer deutlich günstiger. Das ist kein Problem. So, dann Fuji. Fuji haben die XS20 rausgebracht. Dieses Jahr kam er eigentlich nicht so furchtbar viel, wenn ich es so richtig gesehen habe. Und das ist auch noch eine alt-neue Kamera, wo es ein bisschen eine Mischung, alte Technologie, neue Technologie drin ist. Aber eine sehr gute Kamera. Der Alpentrip, wenn du unser Video geschaut hast, der Matthias Koch war da mit unterwegs. Ich mit der großen Nikon, voll im Vorteil. Trotzdem hat er viel kreativere Fotos gemacht als ich, weil er halt sehr kreative Fotos, ich bin ja null kreativ. Kreativität kann ich gar nicht. Ich bin der Informatiker und er ist halt der kreative Typ. Und er hat mit der Kamera gezaubert. Obwohl er einen Nachteil hatte, kamen nachher ja nicht schlechtere Sachen raus. Definitiv nicht. Also da hat er gezeigt, was Fuji kann. Da war Fuji natürlich sehr angetan von. Die werden nächstes Jahr super spannend. Die Pro-Serie ist ja überfällig, dass da mal Nachfolge kommt. Die X-E5 wird kommen, voraussichtlich. Und die X-100V2Z, wie auch immer sie dann heißen wird. Und alle drei finde ich super spannend. Also ohne jetzt zu wissen, was die genau können, könnte ich bei allen drei sagen, ja, also eine davon werde ich kaufen, bin ich mir ganz sicher. Ich habe eine alte X-T3, dann wird die endlich mal gebraucht, rausgehauen bei zielfoto.com auf der Plattform. Und mindestens eine davon wird hier Einzug finden. Also bin ich fest von überzeugt. Was Fuji halt sehr, sehr gut verstanden ist, habe ich oft genug gesagt, dass wir kleine Kameras haben wollen, dass wir einen Joystick haben wollen, dass wir eine vernünftige Besucher haben wollen. Sony, ich hoffe, ihr macht Notizen. Und dass wir in der Kamera spielen wollen, dass wir auch nicht immer Bock haben, alles am Computer zu machen. Also ich schon, aber nicht jeder. Sondern die Möglichkeiten zu haben, Looks raufzumachen in der Kamera und so weiter, das finden viele charmant. Und ich finde es charmant, dass ich den Look später im Lightroom raufmachen kann. Und ich habe da beide Möglichkeiten. Das habe ich ja bei anderen Kameras nicht so ohne weiteres. Also bin ich der Meinung, Fuji ist sehr gut aufgestellt und die werden sich weiter etablieren. Was die als Nachteil haben, habe ich auch oft genug gesagt, werde ich immer für kritisiert, obwohl es ja irgendwie beweisbar ist und einfach stimmt. Die haben halt das Objektivproblem mit dem Autofokus. Die Kameras sind inzwischen deutlich besser, als die Objektive liefern können. Und zwar was Bewegung angeht. Meine Tochter fährt mit dem Fahrrad auf mich zu. Du hast ein Model, das auf dich zuläuft, ein bisschen zügiger. Dann nützt es dir nichts, eine gute Objekterkennung zu haben, wenn das Objektiv zu langsam ist. Und die Kamera erkennt zwar, dass das Gesicht, aber der Autofokus hängt immer ein bisschen hinterher, weil das Objektiv langsam ist. Ich spreche da vom 56mm zum Beispiel. Aber es gibt inzwischen Objektive von zum Beispiel Sigma und so weiter, Wildrox und so weiter. Also Fuji müsste da mal aus dem Quark kommen und einige ihre Objektive neu auflegen mit besserem Autofokus. Es gibt inzwischen ein paar, also nicht falsch verstehen. Aber man denkt es nicht alle und auch nicht zwingend die Richtigen. Naja. Also ich werde mal eine davon kaufen. Und wenn jetzt Haus abbrennt und ich wäre reiner Hobbyfotograf, die Pro, wenn die so wird, wie man das so erwarten kann. Und dann das Sigma 23mm 1,4 dazu. Ja, also da kann man Spaß mit haben. Und zwar wird es schwierig zu sagen, warum braucht man noch mehr. Ja, so für den privaten Bereich, so Familie fotografieren, auch mal ein bisschen Reisefotografie und so. Dann wäre das eine sehr interessante Kombination, auf die ich Bock hätte, die ich gerne nächstes Jahr mal ausprobieren möchte. Und werde, voraussichtlich. Panasonic, die waren so ein bisschen Außenseiter, die waren eigentlich so ein bisschen abgeschrieben. Die haben es einfach jahrelang verpennt, die haben es wirklich selbst gemacht, das ist übel. Die haben ja jahrelang verpennt, einen Phasenautofokus reinzuführen. Das heißt, der Autofokus war immer sehr hinterher und nicht sehr zuverlässig und so weiter. Gerade auch für Video. Die bauen die beste Videokamera, aber dann einen Autofokus, der im Video nicht funktioniert. Ich finde den Fehler. Also da haben sie wirklich Chancen vertan. Mit der GH5 haben sie so Marktanteile plötzlich gewonnen im Videobereich. Waren sie so, plötzlich sind die Nummer 1 im Video. Und dann kam Sony mit der A7S-Serie und weg war Panasonic. Na gut, selbst schuld. Mit der S5 haben sie das also eingeführt jetzt endlich, Phasenautofokus. Eine sehr, sehr gute Kamera, was das Gehäuse angeht. Deutlich kleiner als die Nikon, aber sogar noch bessere Bedienung, kann man argumentieren. Mit sehr, sehr vielen Knöpfen und auch die richtige Belegung, alles sinnvoll und so. Also ja, ja, so gehen Gehäuse. Also grandios, was Panasonic da abgeliefert hat. Autofokus noch nicht auf Niveau von den anderen. Aber gut genug für die allermeisten Sachen. Und preislich halt auch attraktiv. Und es gibt von Siegmeyer inzwischen genug Objektive. Panasonic selbst auch. Sodass man über den L-Mount halt da was machen kann. Das Problem, was die haben, der Marktanteil ist sehr klein. Es gibt wenig Dritthersteller, weil der L-Mount zu wenig Marktanteil hat. Und eigentlich haben die wirklich ein Marketingproblem. Die haben einen sehr niedrigen Marktanteil und ein sehr, sehr schwaches Marketing. Wer empfiehlt denn eine Panasonic? Ich weiß nicht, was den Fachgeschäften so geht. Wenn du irgendwie zum Fotohamer nach Bochum in den Laden gehst. Ich weiß nicht, was sie dir anbieten. Aber wahrscheinlich nicht zwingend eine Panasonic, weil du sie auch nicht danach fragst. Du fragst ja, ich habe hier gehört, die neue Sony soll gut sein. Taugt dir was? Und ich kenne niemanden, eine Panasonic-Karte, aber die waren da früher mal gut. Können die eigentlich nichts mehr? Oder wie fragst du da überhaupt? Und wenn du fotografieren möchtest und da einsteigen möchtest, dann guckst du, was haben deine Kumpels. Und deine Kumpels haben alle eine Sony oder eine Canon oder eine Nikon. Dann nimmst du auch eine Sony, Canon oder Nikon, aber nicht eine Panasonic, weil du gar nicht auf die Idee kommst. Weil der Marktanteil so klein ist. Also die müssten mal richtig aus dem Qual kommen mit dem Marketing. Weil die Leistung wäre da. Nur, keiner spricht drüber. Hm. Naja. Ich meine, wenn ich so überrascht war, dass sie so gut ist, dann werden andere auch überrascht sein und das nicht erwarten. So, und dann haben wir noch Sony. Die machen halt so ein bisschen alles. Die hauen ja Kameras irgendwie fast monatsweise raus. Auch in allen Preisklassen und Größen. Von kleinen Kompaktkameras bis hin zur A9 III, die dann nächstes Jahr kommen wird. Ich hatte sie noch nicht in der Hand, aber die sind da technologisch auch immer ganz, ganz, ganz vorne dabei und zeigen so ein bisschen, was möglich ist. Also die A9, das wissen wir ja, dass die kommen wird, das hat Sony angekündigt. Die A7 IV kam schon letztes Jahr, also vorletztes Jahr sogar raus, irgendwie Weihnachten, vorletztes Jahr, glaube ich. Da wird ein Nachfolger kommen nächstes Jahr. Die A7 IV, also A7 V wäre es dann ja, die wird nächstes Jahr kommen. Die wird in Autofokus noch ein bisschen besser sein. Ich bin gespannt. Sony kann extrem gut Sucher und Displays bauen, also extrem gut. Wenn du mal die A7 R5 in der Hand hattest, guck mal durch den Sucher. Weiß Bescheid. Schau dir mal das Display an. Liebes Nikon Team, warum kann ich denn eigentlich nicht nach vorne klappen? Schaut mal, wie geht das nicht irgendwie? Also so ein bisschen so, aber richtig nach vorne geht nicht. Nur so in zweieinhalb Richtung oder so. Sony zeigt, wie das geht. Wenn sie solche Sachen in die A7 V reinbringen würden, traditionell macht Sony das ja nicht. Also im Grunde, die Nikon macht das sehr, sehr gut. Die haben eine Z6 und eine Z7. Das sind dieselben Kameras, nur mit mehr Megapixel. Dann kannst du dich entscheiden, sind die mehr Megapixel 1000 Euro mehr wert. Wenn Sony das auch machen würde, die A7 V mit den Eigenschaften, die jetzt die R5 hat, die physikalischen Eigenschaften. Puh. Und dann hat die R5 genau das alles gleich, nur halt andere Sensor drin mit mehr Megapixeln. Und das würde nochmal, also ich wäre der Erste, der eine vorbestellt. Und ich bin nicht der Einzige. Das ist ein bisschen das Problem bei denen. Aber ich bin sehr skeptisch, dass sie das machen werden. Dann die A7 C2 kam raus. Wie alle Hersteller so ein bisschen das Problem natürlich. Alle sind ja mit den Preisen sehr hoch gegangen. Haben jetzt gemerkt, ja okay, nach der ersten Welle funktioniert das nicht mehr. A7 C2, eine sehr, sehr gute Kamera. Zu teuer mit dem UVP, der ursprünglich angedacht war. Inzwischen aber sehr attraktiv bepreist. Inzwischen meiner Meinung nach die interessanteste Kamera für Privatleute. Wenn mich Privatleute fragen und sagen, die wollen so für 2000 Euro was kaufen, Kamera und ein Objektiv. Dann A7 C2. Wenn jetzt hausab brennt, alles weg. Die erste Kamera, die ich mir kaufen würde, wäre die A7 C2. Wenn Sony jetzt zu mir kommen würde, alles weg. Sony kommt zu mir und sagt, eine Kamera, such dir eine aus, egal welche. Aber du darfst dann nur die ein Jahr lang benutzen. A7 C2. Da würde ich nicht die A5 nehmen, obwohl sie viel teurer ist, obwohl sie viel besser ist. Oder meinetwegen die A7 CR mit mehr Megapixeln. Aber die A7 C, weil die so klein und kompakt ist. Für mich ist Größe wichtig. Für mich ist inzwischen Größe das Wichtigste. Wenn die Leistung einigermaßen stimmt, ist die Größe wichtiger als noch ein Tick mehr Leistung. Aber ich bin jetzt halt auch irgendwie ein alter Sack und habe irgendwie auch keine Lust mehr. immer so etwas Schweres rumzukleppen. Und ich weiß, ich habe einen Auftrag oder ich weiß, ich will fotografieren. Ich gehe nur deswegen los. Da ist mir die Größe egal. Aber so dieses, im privaten Bereich vor allem. Die meisten Sachen sind doch irgendwie, ich suche einen Vorwand, was zu fotografieren. Oder ich suche einen Vorwand, mal in die Heide zu gehen, zum Spazieren. Und ich nehme mal eine Kamera mit. Vorsitzelhalber Slingback und Kamera rein. Dann nehme ich was Kleines, Leichtes, weil ich sie wahrscheinlich gar nicht benutze. Aber ich habe sie dabei. Oder ich benutze sie mal Alibi-mäßig und gucke mir die Fotos nachher gar nicht an. Passiert oft bei mir. Aber ich nehme mich was Kleines, Kompaktes mit. Die Leica Q3 oder halt eben die A7C. Und nicht die, weil die nehme ich nicht aus Versehen mit. Definitiv nicht. Sondern dann sage ich, okay, Cross-Training-Einheit. Ich muss ja irgendwie mal wieder hier einen schweren Rucksack tragen. Dann nehme ich die mit. Ganz ballast. Dann hat natürlich Sony auch noch diverse andere rausgebracht. Die ganzen kleinen Sachen, Filmkameras und so weiter. Die Zielgruppe wird immer ein bisschen kleiner. Aber sehr spannend. Mich filmt die A7S III. Die A7S IV ist überfällig. Die wird nächstes Jahr kommen. Bin ich sehr gespannt. Weil es gibt für mich keinen Grund zu wechseln. Ein Tick besserer Autofokus. Ja, gut. Aber ich wette, der war jetzt die ganze Zeit, war ich wahrscheinlich die ganze Zeit im Fokus. Also besser. Wenn es sowieso im Fokus ist, ist besser. Ein bisschen egal. Noch mehr Slow-Motion und so weiter. Ja, jetzt bin ich nicht die Zielgruppe dafür, weil ich fast nie Slow-Motion benutze. In der Summe wird das wahrscheinlich auch besser. Für mich wäre relevant, wenn sie mehr Megapixel hat. Ja, A7S IV mit, liebe Sony-Team, bitte 24 Megapixel. Bitte. Dass man dann auch ein bisschen fotografieren kann. Weil ich bin häufig mit zwei Kameras unterwegs. Ich habe die dabei zum Filmen. Oder ich nehme sie dann nicht mit, weil ich sage, ja, hm, ja, hm. Nehme ich halt nur die A7 IV oder so. Obwohl ich da nicht so gut filmen kann. Oder habe mir diese kleine Kompaktkamera besorgt, damit ich damit filmen kann. Weil gut genug und so. Aber, ja, da steht sie. Die müsste nur 24 Megapixel haben. Damit ich damit auch mal ein paar Fotos machen kann. Aber wenn ich primär zum Filmen unterwegs bin und auch mal ein Foto machen will. Auch immer das Problem mit Sebastian, als er dabei war. Der hatte häufig zwei Kameras im Rucksack gehabt. Weil er selbst auch ein paar Fotos machen will. Die A7 III. Und dann halt eben die zum Filmen, die A7S. Also das würde der Kamera sehr, sehr gut tun. Und das wäre auch ein Kaufgrund für sehr viele, glaube ich. Wenn die dann 24 Megapixel hätte. So, das war so ein bisschen der Rundumschlag. Vielleicht noch ein paar Objektive, die aufgefallen sind. Das Sigma 10-18-2-8. Sigma 10-18-2-8. Für APC. Meine Meinung nach aktuell das beste APC-Objektiv für so Weitwinkel-Zoom. Also Landschaftsfotografie. Und du willst was Kleines, Kompaktes haben. Du machst Skitouren. Du gehst aufs Fahrrad. Du machst, keine Ahnung, Kanutouren. Gehst auf Weltreise. Du willst eine kleine, gute Kamera mit haben. Aber klein ist wirklich wichtig. A6400. Das ist dann halt auch günstig. Und halt eben das 10-18. Da kommst du sehr, sehr, sehr weit mit. Mit sehr, sehr guter Bildqualität. Oder natürlich das Sony 2070. Bin ich ein großer Fan von. Weil das das erste wirklich gute Objektiv ist für Allround-Zoom. Wenn ich eine Weltreise machen würde mit einem Rucksack, mit leichtem Gepäck, dann würde ich eine A7C II mitnehmen. Sony. Und das 2070. Und ich würde die Sony vor allem deswegen mitnehmen wegen dem Objektiv. Weil ich denke immer erst an Objektiven. Was will ich machen? Was brauche ich für Objektive dafür? Und dann gucke ich, welche Kamera kann ich dahinter schneiden. Objektive sind wichtiger als die Kamera. Und das sind also zwei Objektive, die mir sehr aufgefallen sind. Dann Wildrocks mit der Pro-Serie. Wildrocks hat angefangen. Sprung, nicht vergessen. Über Wildrocks werden wir künftig immer öfter sprechen. Weil die liefern echt ab. Also die liefern brutal. Brutal sage ich heute öfter. Weiß ich gar nicht warum. Die liefern echt gut ab. Die sind richtig gut geworden. Wildrocks ist das neue Sigma. Sigma ist deutlich teurer geworden. Und Wildrocks füllt die Lücke, die sie nachgelassen haben. Dann sind diverse T-List gekommen. Mit denen kenne ich mich nicht so aus. Aber das sind so die Objektive, die jetzt wirklich bei mir hängen geblieben sind. 50 mm Sigma habe ich mir gekauft tatsächlich. Ich hatte das uralte Sony 55 mm. 1.8. Deshalb habe ich halt neu das 2.0 von Sigma und das 1.4 von Sigma. Beides sehr, sehr gute Objektive. Das 1.4 halt viel größer. Das heißt, da habe ich dann das eine durch die zwei ersetzt. Finde den Fehler. Das alte noch nicht verkauft. Muss ich ja nicht machen. Finde den Fehler. Keine Zeit für nichts. Die sind jetzt nicht bahnbrechend oder sowas. Aber das sind sehr, sehr gute Objektive. Ich habe mir die Leica Q3 gekauft. Die habe ich auch wirklich gekauft und bezahlt und so. Also ich versuche noch herauszufinden, warum man so viel Geld dafür ausgeben sollte. Und mir das gut... Ja, ich habe sie mir zum Geburtstag geschenkt, zum 50. und so. Ich versuche mir das noch gut zu reden. Wahrscheinlich verkaufe ich die irgendwann wieder, weil die einfach nicht für mich gemacht ist. Sagen wir mal vorsichtig so. Ich hätte zum Beispiel gerne einen zuverlässigen Weißabgleich. Das kann Leica nicht. Also keine Chance. Das ist ja immer falsch. Immer. Wirklich. Einfachste Situation. Also Mittagssonne. Ja, dann geht das. Aber alles andere ist aber für dich daneben. Na gut. Deswegen gibt es nicht so den Leica. Das ist tatsächlich so ganz kurz am Rande. Ich hatte erwartet, es gibt irgendwie den Leica Look. Mit irgendwelchen JPEG Looks. Bei Fuji hat man das. Du hast den Fuji Look. Bei Leica nicht, weil ich sowieso von Hand rangehen muss. Also JPEG kannst du ja völlig vergessen. Kannst du auch völlig vergessen, weil du weißt ja gleich, der Maßen daneben ist. Und ich sage, hallo? Und ich bin nicht der Einzige. Das liegt nicht in meiner Kamera, sondern das haben mir diverse von euch geschrieben. Da haben mir auch mehrere von euch geschrieben, dass sie Leica kontaktiert hätten und Support und so. Und dann haben die irgendwann, na, der Support sich dann irgendwann nicht mehr gemeldet oder so. Weil irgendwie, ja, ich bin nicht der Einzige, der das auffällt. Ist ja wurscht. Anderes Thema. So. Dann hoffe ich, dass ich ein paar interessante Kommentare zu lesen kriege, was deine Kamera des Jahres war oder welche du dir für nächstes Jahr wünschst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Das war doch wieder ein bisschen zu lang, ne? Wie laba, 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 hier. Das ist richtig langweilig.